Wenn dir das Leben weh tut. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf mehreren Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, wenn dir das Leben weh tut, kümmere dich weniger darum. Markus Aurelius Philosophie. Mal wieder von dem Kanal Weise Stoiker. Wir haben uns schon ein, zwei Videos davon reingezogen. Ich habe da vorhin kurz reingewatcht und ich fand es sehr interessant und gut. Die Message auch sehr, 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 sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob wir es uns komplett reinziehen werden, aber ein Teil auf jeden Fall. Falls ihr es ganz sehen wollt und wir es nicht komplett reinziehen, ist es natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Einst die herausragende Persönlichkeit der bekannten Welt führte Markus Aurelius aktiv ein tugendhaftes Leben im Einklang mit der stoischen Philosophie. Im Gegensatz zu den nachsichtigen Tendenzen zahlreicher römischer Kaiser verzichtete er auf Exzesse wie üppigen Weinkonsum und die grausigen Spektakel im Kolosseum. Ja, die grausamen Spektakel im Kolosseum, das ist heutiges TikTok, heutiges Instagram-Scrollen oder unnötige Netflix-Serien reinziehen. Das ist das, was damals im Kolosseum abging, um die Menschen schön abzulenken, beziehungsweise schön zu unterhalten. Unterhalten. Unterhaltung. Überlegt mal, wo das Wort herkommt. Und ja, weise Männer haben damals schon verstanden, dass sie sich von diesen ganzen Sachen fernhalten müssen, wenn sie wirklich sehen und fühlen wollen, was abgeht und wenn sie wirklich was Gutes verändern und bewegen wollten. Auch mit diesem Weinkonsum, was ihr eben angesprochen habt. Ist heutzutage normalisiert, abends ein Bier zu trinken oder am Wochenende sich voll zu saufen und den ganzen Tag Netflix-Serien zu schauen und so. Aber dass sich das unbewusst hält und dass sich das von dem, was du als Mensch erreichen kannst, eigentlich trennt, das ist den meisten gar nicht bewusst. ...motiviert durch die tiefe Verpflichtung, die ihm durch das Schicksal übertragene Mission zu erfüllen, bei der es um den Dienst an der Menschheit geht, ...verstanden, Markus Aurelius, die Notwendigkeit, seine Beschäftigung mit Dingen, denen es an inhärentem Wert oder an Weisheit mangelt, auf ein Minimum zu reduzieren. Bemerkenswert ist, dass solche Angelegenheiten in seinem Einflussbereich reichlich vorhanden waren. Ein grundlegender Grundsatz des Stoizismus ist die Dichotomie der Kontrolle, die Epi... Dichotonie, na Mann? ...Tetus in den Diskursen erläutert. Im Wesentlichen liegen die meisten externen... ...stabile Männer eingeblendet, ne? Fühlig. ...Aktoren außerhalb... ...Bruder, Muscles Beste. ...Kontrolle, was die stoische Sichtweise unterstreicht, dass wir unseren begrenzten Einfluss auf diese Elemente anerkennen sollten. Diese Anerkennung bedeutet jedoch keinen Verzicht auf die Welt. Stattdessen plädieren Stoiker für ein realistisches Verständnis unserer Auswirkungen und vermeiden gleichzeitig unnötige Belastungen, die sich aus unserer Bindung an unkontrollierbare Ergebnisse ergeben. In der Not entsteht das Unbehagen oft dadurch, dass wir uns emotional auf Aspekte konzentrieren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Dies verleiht diesen externen Faktoren unabsichtlich die Macht, uns wie Puppenspieler zu manipulieren. Genau so ist es. Genau so ist es. Wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann kontrollieren dich diese ganzen Dinge. Und du merkst das nicht mal. Das musst du dir klären. Du checkst es nicht mal. Paradoxerweise geben wir dann diesen Puppenspielern die Schuld dafür, dass sie unsere Strippen ziehen, ohne zu erkennen, dass wir sie durch unsere eigene emotionale Verstrickung dazu befähigt haben. Facts. Immer die Verantwortung übernehmen. Das ist auch eine historische Sache, die ich mir auch persönlich angeeignet habe. Egal was in meinem Leben passiert, ich übernehme die volle Verantwortung, weil ich niemandem die Macht gebe, über mich zu entscheiden und mich zu kontrollieren. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich sage nicht, der ist schuld oder warum ist der so oder warum ist das, dies. Ich bin daran schuld, dass das passiert ist, was gerade passiert ist. Was muss ich verändern, damit das nächste Mal nicht passiert? Was kann ich daraus lernen? So, das ist der einzige Weg, um vernünftig mit Ereignissen umzugehen. Indem wir jedoch unsere emotionale Bindung an diese Angelegenheiten aufgeben, entziehen wir ihnen ihren Einfluss auf uns und gewähren uns selbst etwas. Die Gelassenheit, ungestört zu bleiben, da Markus Aurelius sich von Dingen, die außerhalb seiner Kontrolle lagen, nicht aus der Fassung bringen ließ, ermöglichte es ihm, die vielen Verantwortlichkeiten und Herausforderungen zu bewältigen, denen er als Kaiser gegenüber stand. Es ermöglichte ihm, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, die ihm seiner Meinung nach von den Dicke, jetzt switcht er wieder in holländisches Englisch rüber, äh, Deutsch rüber, bro. ...gegeben worden war. Für Epictetus bedeutete es, für andere Menschen könnte es eine Möglichkeit sein, sich auf wirklich wichtige Ziele zu konzentrieren, wenn sie sich nicht von äußeren Kräften oder einer Auswahl von ihnen bewegen lassen. Und für andere könnte es einfach der Weg zu einem glücklichen, unbeschwerten Leben sein. Wenn das Leben wehtut, mit welchen Dingen sollten wir dann aufhören, uns zu beschäftigen? Und das Wichtigste ist, wie machen wir das? Dieses Video ist eine Erkundung und freie Interpretation der Philosophie von Markus Aurelius, wie man sich weniger um Dinge kümmern kann, die es nicht wert sind, sich um sie zu kümmern. Markus Aurelius unterscheidet in seinen Meditationen immer wieder zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. In jeder Kategorie hat der antike römische Kaiser wertvolle Dinge darüber zu sagen, dass wir uns entweder zu sehr auf die falsche Art und Weise oder um die falschen Dinge kümmern. Wie Seneca eloquent ausdrückte, ertragen wir innerhalb der Grenzen unserer Vorstellungskraft oft mehr Leid als in der Realität unserer Erfahrungen. Das ist powerful, Digga. In unserer Vorstellungskraft erleiden wir mehr Leid als in unserer tatsächlichen Realität. Also das meiste Leid, was wir Menschen haben, kommt aus unseren Gedanken, aus dem, was wir denken oder erlebt haben. Da kommt das Leid her. Das hat nichts mehr mit dem aktuellen Moment zu tun, sondern es passiert einfach nur in deinem Kopf. Das musst du dir mal reinziehen. Deswegen ist es ja so wichtig auch, diese Bewusstseinsthematik endlich noch weiter zu verbreiten, dass die Leute endlich verstehen auch, dass du nicht deine Gedanken bist und das, was in deinem Kopf passiert. Sondern dass du eigentlich hier im Jetzt gar nicht mehr mit diesen Sachen zu tun hast. Aber nur weil du dich selbst mit deinen Gedanken und mit den vergangenen Erlebnissen so heftig identifizierst, dass du denkst, dass du das bist, leidest du, Bro. Deswegen leidest du, Digga. Du würdest nicht mehr leiden, wenn du einfach loslassen würdest und das Leben so akzeptieren würdest, wie es ist und das Leben übernehmen lassen würdest, Gott übernehmen lassen würdest im Endeffekt. Diese Behauptung unterstreicht die Vorstellung, dass unsere Gedanken die Quelle unseres Leidens sind. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Zukunft richten, ist unsere Vorstellungskraft häufig ungebremst und wirft unzählige Szenarien möglicher Ereignisse herauf, von denen... Bruder, und ich mache mich nicht frei davon. Ich sage nur, dass ich durch dieses Meditieren und mich mit diesen Sachen auseinandersetzen, mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit und so, dass ich es geschafft habe, weniger zu leiden. Ich leide immer noch ab und zu. Ich identifiziere mich immer noch ab und zu mit meinem Ego, mit meinen Gedanken und mit diesen ganzen Sachen. Aber ich schaffe es besser, damit umzugehen. Ich muss ehrlich zugeben, in letzter Zeit habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, die mich schon krass wieder mit meinen Gedanken und mit diesen ganzen Sachen, dass ich mich wieder krass damit identifiziert habe, so weißt du. Aber dann das auch realisiert habe und das wieder loslasse. Eine Sache, die ich sehr, sehr traurig finde, ist, ich habe mir immer jeden Abend eine Meditation, eine geführte Meditation reingezogen von einem Kanal, den die einfach gelöscht haben, Bro. Ich habe das über ein Jahr gemacht. Das hat mir so krass geholfen, mich jeden Tag daran zu erinnern. Und der ist einfach weg. Das heißt, ich bin gerade auch ein bisschen auf der Suche nach einer neuen, geführten Meditation. Ich meditiere immer noch mit Frequenzen und auch still. Aber diese eine geführte Meditation am Tag fehlt mir gerade irgendwie. Die meisten wahrscheinlich nicht eintreten werden. Erwartungsvoll denken wir über Strategien nach, wie wir mit diesen potenziellen Ergebnissen umgehen können, während wir gleichzeitig vor Sorge zittern, weil wir unsicher sind, wie sich die Zukunft letztendlich entwickeln wird. In manchen Fällen passiert das, was wir erwartet haben, aber in vielen anderen Fällen überrascht uns das Schicksal und überwältigt uns mit Ereignissen, die wir nicht vorhersehen konnten. Stellen Sie sich dieses Szenario vor. Wir haben möglicherweise Jahre damit verbracht, den wohlverdienten Ruhestand sorgfältig zu planen und zu sparen. Nur um dann, gerade als wir uns der Schwelle unserer goldenen Jahre nähern, mit einer verheerenden Krebsdiagnose konfrontiert zu werden, die unsere Enkel nur noch wenige Monate zu leben droht. Die bloße Möglichkeit solcher Ereignisse versetzt den Einzelnen häufig in ständige Angst. Die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod. Spektrum möglicher Ergebnisse reicht vom Best-Case-Szenario bis zum Worst-Case-Szenario. Was passiert, wenn ein Katast... Man muss seinen Frieden finden mit dem Leben, mit dem Tod, mit Ereignissen, mit allem, mit seiner Vergangenheit. Man muss Frieden finden. Man muss es akzeptieren, wie es ist. Du wirst es nicht verändern, wenn du Angst hast. Du wirst es nicht verändern, wenn du Angst davor hast. Das Einzige, was es tut, ist es, dein eigenes Leben kaputt zu machen im Endeffekt. Weil du nicht mehr im Moment lebst, sondern nur noch in deinen Ängsten unterwegs bist und in deinen Gedanken. Akzeptanz ist so wichtig, Digga. Egal was passiert, akzeptiere es einfach, Bro. Akzeptiere es einfach. Du wirst es nicht ändern können. Es ist, wie es ist. Facts, Bro. Hab schon mal sowas erlebt. Solange sie nicht in der Gegenwart eintreten, können wir nicht mit ihnen umgehen, da diese Ereignisse einfach nicht eintreten, zumindest noch nicht. Sie existieren nur in unseren Gedanken. Die Zukunft stört uns nur, weil wir darüber nachdenken, da sie außerhalb des Geistes nicht existiert. Die gibt es nicht. Die Zukunft gibt es nicht. Es ist keine Realität. Markus Aurelius begann jeden Tag mit einer Art Selbstprüfung. Er würde über die Werte, Ziele und Herausforderungen nachdenken, denen er begegnen könnte. Diese Gewohnheit wird als morgendliche Selbsteinschätzung bezeichnet und bildet die Grundlage für den Gesamten. Auch die Vergangenheit existiert nicht wirklich. Das muss den Leuten auch klar sein. Du kannst nur an die Vergangenheit denken und dich versuchen, da rein zu versetzen, aber die ist nicht mehr da. Die ist vorbei. Die ist weg. Die ist nicht mehr da. Das ist nicht mehr die Realität. So. Die ist nicht mehr da. Du wirst nie wieder das gleiche fühlen wie in diesem Moment. Nicht eins zu eins. Vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, ja, aber das ist nicht mehr Realität. Die einzige Realität ist im Hier und Jetzt. Das muss man auch irgendwann verstehen. Alles andere ist nicht die Realität. Es ist nicht echt. Es ist ein Gehirngespenst. Helfen, Selbstbewusstsein und Selbstverständnis zu entwickeln. Beginnen Sie Ihren Tag mit ein paar Momenten der Selbstreflexion und denken Sie über Ihre Werte und Absichten für den Tag nach. Eine der stoischen Praktiken, die Markus Aurelius befürwortete, ist das freiwillige Unbehagen. Wenn wir Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten annehmen, stärken wir unsere Widerstandskraft und lernen, uns weniger um kleinere Ärgernisse im Leben zu kümmern. Manchmal entscheiden sie sich für Unbehagen statt für Komfort. Dazu können kalte Duschen, eintägiges Fasten oder Spaziergänge im Regen gehören. Stark, eintägiges Fasten, kaltduschen, Spaziergänge im Regen. Jungs, los geht's, Digi. Hab auch jetzt wieder angefangen. Ich dusche jetzt gar nicht mehr warm. Heute hab ich kurz noch warm gemacht, dann hab ich zu mir selbst gedacht, bin ich Warmduscher oder was, Digga? Wieder kalt gemacht. Das Führen eines Tages Komplett jetzt aber, die ganze Zeit. Ich dusche gar nicht mehr warm gerade. ... ist ein wirksames Instrument zur Selbstreflexion und Selbstverbesserung. Markus Aurelius nutzte seine Arbeit als persönliches Tagebuch, um seine Gedanken und Erkenntnisse aufzuzeichnen. Sie können ihr eigenes Tagebuch erstellen, um Reflexionen über die Herzen... ...Journale wichtig auch. ...Forderungen... ... sehr wichtig sogar. ... des Lebens und ihren Weg, sich weniger um sie zu kümmern, zu dokumentieren. Nehmen Sie sich jeden Tag Zeit, Ihre Gedanken und Erfahrungen aufzuschreiben. Denken Sie... Das haben wir aber so schon mal gesehen, ne? Das Video. Also, ich find's geil. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken, die Message ein bisschen mit aufnehmen, rübergeben an meine Community. Ich liebe euch auf jeden Fall. Nehmt euch das zu Herzen. Wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen, meine lieben Freunde. Liebe geht raus an die Community. Ganzes Video unten natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ich beschäftige mich gern mit solchen Sachen. Ist oft ein Reminder dafür. Ja. Das erinnert einen oft daran, was man verändern kann, beziehungsweise, was für Potenziale man noch hat. So, weißt du? Yes. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.